Der Whistleblower da auch nicht Gefahr läuft, warum dann sanktioniert oder dann dafür bestraft, dass er dann eine Meldung abgegeben hat. Also wenn er rauskommt, da hat jemand einfach gelogen und wollte einen Kollegen irgendwie an den Pranger stellen. Der ist dann nicht geschützt, da greift eben auch diese Beweicherschaftsumkehr nicht und die ganzen Schutzmechanismen aus dem Gesetz nicht. Diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, sollten sich wirklich darum kümmern und das auch vernünftig machen lassen, sonst fällt es einem im Internet auf die Schüße. Ja, hallo, herzlich willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Das Thema Hinweisgeberschutzgesetz, auch bekannt unter Whistleblower-Gesetz, beschäftigt auch derzeit die Zeitarbeit und das sehr, sehr intensiv. Da gibt es ja ausgegebenen Anlass. Warum, wieso, weshalb, da sprechen wir heute drüber. Wie du schon siehst, auch jetzt gerade bei YouTube, bin ich auch wieder nicht alleine. Dr. Alexander Bisslitz ist dabei und wir haben einen Experten für den Bereich speziell, weil ich habe mit Alex gesprochen, wer von CMS ist da Experte. Wer kann da auch noch unterstützen und könnte den Podcast mit bereichern. Und da sagt er so auf jeden Fall, Florian Beck, Block, Florian Block, soll ich auf jeden Fall einladen. Habe ich jetzt auch gemacht. Hallo Florian, herzlich willkommen hier im Podcast das erste Mal. Freut mich sehr. Florian, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, was machst du bei CMS und warum ist das Thema Whistleblower bei dir genau richtig aufgehangen? Ja, Daniel, danke erstmal für die Einladung. Florian Block, mein Name, ich bin Münchner Büro von CMS tätig und mein Bereich ist Compliance. Also Compliance im Sinne von, wie müssen sich Unternehmen eigentlich aufstellen, damit so Dinge wie Dieselskandal oder Korruptionsskandal oder ähnliches möglichst nicht passieren. Da beraten wir die Unternehmen, richten Strukturen ein, schreiben Richtlinien, halten Schulungen und gucken, dass so die Prozesse im Unternehmen so laufen, dass solche Sachen wirklich eben nicht passieren. Und Teil des Ganzen Compliance-Managements ist eben auch das Thema Whistleblowing, sprich Leuten die Möglichkeit zu geben, wenn sie im Unternehmen feststellen, hier läuft was schief, dass sie dann einen geschützten Kanal haben, an den sie sich wenden können, wo sie ihre Bedenken melden können, ohne dass ihnen dann nachher irgendwelche Nachhalte entstehen. Deswegen, hallo Daniel erstmal, hallo Florian, deswegen auch hier nicht nur die arbeitsrechtliche Unterstützung meinerseits, weil Whistleblowing auch immer arbeitsrechtlicher. Oftmals arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, wenn dann eben Missstände offengelegt wird, dass dann Arbeitgeber oftmals mit Kündigung reagieren. Ist natürlich oftmals arbeitsrechtlich determiniert, aber weil das eben, wie gerade schon dargestellt, auch ein Compliance-Thema ist, habe ich dann Florian vorgeschlagen, dass er dann mal hier einsteigt und einen kurzen Überblick über die jetzt bereits in Kraft getretene gesetzliche Regelung gibt, die auf EU-Richtlinien basiert und die sicherlich gewisse Vorgaben macht, die es gilt dann von Unternehmen umzusetzen und zu beachten. Seit wann gibt es denn dieses Hinweisgeberschutzgesetz? Das ist ja von der EU entschieden worden, das ist auf EU-Ebene entschieden worden. Florian, seit wann ist das jetzt überhaupt aktiv? Seit wann muss das angewendet werden? Ist das schon verpflichtend zum Beispiel? Wäre auch eine wichtige Frage, die ich da hätte. Ja, das ist ganz frisch. Tatsächlich ist das deutsche Gesetz jetzt erst am 2. Juli, also vor zwölf Tagen, in Kraft getreten und gilt im Prinzip ab sofort. Das Ganze geht zurück auf eine EU-Richtlinie, die die Mitgliedstaaten verpflichtet, eben nationale Gesetze zum Thema Whistleblowing zu lassen. Das hat sich in Deutschland ziemlich hingezogen, weil sich die Politik nicht so ganz einig wurde, wie man das eigentlich machen soll. Das ging in der Dienung hier, jetzt ist es gesetzhaft und das heißt, dass jetzt mal zunächst alle Unternehmen, die mehr als 250 Beschäftigte haben, dass die Strukturen schaffen müssen, ein sogenanntes Hinweisgebersystem einrichten müssen, damit Beschäftigte eben die Möglichkeit haben, geschützt auf mögliche Missstände hinzuweisen. Und das Ganze muss bestimmte Anforderungen abschüllen. Es muss vor allem die Identität eines Hinweisgebers vertraulich verhandelt werden. Es darf also nie nur den Leuten bekannt werden, die tatsächlich dann Unternehmen die Aufgabe haben, sich mit diesen Hinweisen zu beschäftigen. Die Priorität darf nicht weitergegeben werden im Unternehmen, damit eben der Hinweisgeber möglichst geschützt ist. Es muss ein Verfahren vorgesehen werden, wie mit solchen Hinweisen dann umzugehen ist, welchen Gang das dann nimmt bei der Aufklärung. Und es müssen bestimmte Rückmeldeschristen an den Hinweisgeber eingehalten werden, damit der auch weiß, hey, das Unternehmen beschäftigt sich tatsächlich mit dem Hinweis, den ich abgeben habe. Und das Ganze muss auch sauber im Unternehmen dokumentiert werden. Also da kommt doch einiges auf die Unternehmen zu, die das bisher gar nicht haben. Deswegen sollte man sich doch relativ schnell, wenn man es noch nicht gemacht hat, mit dem Thema jetzt passen. Eine kurze Zwischenfrage, wenn du gestattest, Daniel, du hattest Florian gerade gesagt, Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern, was ist denn mit denjenigen, die weniger beschäftigen? Auch die können sich noch nicht zurücklehnen. Guter Punkt. Ab dem 17. Dezember diesen Jahres müssen auch Unternehmen, die 50 oder mehr Beschäftigte haben, genau das Gleiche einrichten. Das heißt, die haben jetzt bloß noch eine gewisse Vollschrift, Übergangsschrift, aber die sollten sich auch langsam mit dem Thema auseinandersetzen. Muss ich dann einen eigenen Mitarbeiter einstellen, der sowas macht oder kann ich jemandem die Funktionen übertragen, wie zum Beispiel beim AGG? Ist das ähnlich dann zu sehen? Muss ich das in den Aushang bringen? Muss das bei der Einstellung den Mitarbeitern kommuniziert werden? Ist das so die Idee? Oder einmal kurz, damit ich das auch nochmal verstehe oder damit jeder auch Hörer und Zuschauer das auch versteht. Die Idee dahinter ist, es gibt im Unternehmen einen Ansprechpartner, den ein Mitarbeiter, wenn er unzufrieden ist, wenn er irgendwelche Missstände hat, wenn er etwas auf der Seele liegt, hat er dann einen Ansprechpartner, den er ansprechen kann und der muss offiziell halt bestimmt werden, ähnlich wie beim AGG. Und den kann ich dann ansprechen und da muss auch die Möglichkeit sein, dass ich das wahrscheinlich per Post, per E-Mail, per Telefon ihm kommunizieren kann und dass ich auch meine Anonymität wahre oder muss Charles Ross und Reiter genannt werden? Also ich muss nicht grundsätzlich gleich jemanden einstellen, der das dann übernimmt. Wenn ich jetzt leider das Unternehmen bin und habe eigentlich gar nicht die Kapazität dafür, kann ich auch einen externen beauftragen. Also viele Leute, kann ich auch sagen, beauftragen beispielsweise externe Kanzleien wie uns, die dann den kompletten Service anbieten, dass sie irgendwie die Meldungen entgegennehmen, sichten, prüfen, ist das überhaupt ein relevantes Thema, was da gemeldet wird, ist die Meldung einigermaßen ausführlich, sodass man dem nachgehen kann und dann gilt man das zurück, ganz Unternehmen damit dann weiter damit umgegangen werden. Ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, können Leute da ihre Beschwerden oder Bedenken loswerden. Das Hinweisgebersystem soll bitte nicht verwechselt werden mit dem typischen Kummerkasten, sondern das hätte ich jetzt so gedacht, dass dann irgendwie so, okay, gut, der große Mehrwert ist da vielleicht, dass es anonym ist, weil ansonsten, wenn mich ein Mitarbeiter anruft und sagt, hier, Herr Müller, das und das gefällt mir nicht, da sind Missstände bei dem Kunden, da sind vermehrte Arbeitsunfälle, da wird einfach nicht ordentlich gearbeitet, der Arbeitsschutz wird da nicht eingehalten. Dann sage ich, okay, dann weiß ich natürlich, wer hat mich angesprochen und wenn ich das nicht so cool finde, steht er vielleicht in mich ganz so einem guten Licht und dann sagt man, okay, das Ganze kann auch anonym passieren und dann ist der Mitarbeiter mehr geschützt. Das hätte ich so gedacht, ist die Idee von dem Gesetz, aber... Ist schon richtig, mit Kummerkasten meinte ich, nicht jede Art von Meldung gehört in so ein Hinweisgebersystem rein. Also das heißt, wenn ich sage... Okay, gut, dann hoffe ich, dass viele Mitarbeiter zuhören, weil das wird bestimmt passieren. Also mein Chef mag mich nicht, der grüßt mich morgens nicht oder das Kantinenessen taugt mir nicht. Das sind keine Meldungen für den Hinweisgebersystem, sondern das Gesetz sieht einen klaren Katalog vor, was gemeldet werden kann. Das sind vor allem Gesetzesverstöße, das sind Verstöße gegen Busgeldvorschriften, vor allem so Themen wie Arbeitssicherheit, immer dann, wenn Gesundheit von Personen gefährdet ist. Das sind alle Arten von Straftaten. Also wenn ich irgendwie mitfahre, im Unternehmen wird beispielsweise besprochen oder irgendeiner betrügt. Das sind solche Themen, die im Hinweisgebersystem gemeldet werden sollen. Stichwort Anonymität. Es ist sicherlich der beste Weg, wenn man sagt, man richtet ein Verfahren ein, wo Leute anonym melden können und auch anonym bleiben können, weil das liegt mit dem größtmöglichen Schutz. Es ist aber nicht verpflichtend. Also als Unternehmen habe ich die Wahl zu sagen, ich möchte anonyme Meldungen entgegennehmen und bearbeite die auch ordentlich. Oder aber zu sagen, nee, nehme Meldungen nur entgegen mir tatsächlich raus und weiter genannt werden. Empfehlung ist ganz klar, weil es um den Hinweisgeberschutz geht, dass man anonyme Meldungen ermöglicht. Aber das war ja Florian auch, glaube ich, ein politischer Streitpunkt, um den man auch gerungen hat, weil, wenn ich mich da recht erinnere, war es ja zunächst so, dass dann auch eine Verpflichtung zu anonymen Meldungen zumindest möglich sein musste und das wurde doch dann noch rausdiskutiert, richtig? Oder habe ich das falsch schon genau? Genau. Richtig, das war einer der großen Streitpunkte. Hing so ein bisschen damit zusammen, dass zum einen vielleicht auch aus unserer Geschichte die Sorge besteht, wenn ich anonym melde, dann öffne ich irgendwie Denunzianten Tür und Tor. Ja, da kann ich meinen Kollegen beschimpfen und muss mich dabei nicht mal auf Marktbegleiter. Auf Marktbegleiter können sich dann einfach melden. Wenn ich den Verursacher gar nicht kenne, kann ich natürlich... auch die eine oder andere Firma einfach in Missgunst bringen, weil einfach ich dort Falschaussagen streue. Ja, also das war ein großes Bedenken. Auf der anderen Seite, wir bearbeiten ja viele solcher Fälle und sehen also, was für Meldungen kommen tatsächlich in der Praxis ein. Viele wirklich gehaltsvolle Meldungen, die man so bekommt, werden anonym abgeben. Die Zahl der denunziatorischen Meldungen ist verschwindend gering. Also das ist tatsächlich etwas, was immer so die Sorge ist, was man aber in der Praxis vernachlässigen kann. Dann stellt sich immer noch die Frage, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich überhaupt sicher anonyme Meldungen entgegennehmen? Da bieten sich technische Hinweisgeber-Systeme an, die eben genau diese Möglichkeit haben. Man sagt, bleibe anonym, ich kann mir da ein sicheres Postdach einrichten. Ich kann dann trotzdem mit der Hinweisgeberstelle kommunizieren und vielleicht Nachfragen beantworten. Das ist das, was in der Praxis sich gerade durchsetzt und was aus meiner Sicht auch für Unternehmen wirklich sehr sinnvoll ist. Also man ist weg von so einem System, wo man dann anruft oder wie auch immer. Sondern es wird dann durch technische Anforderungen sichergestellt oder dass der Meldende, der Whistleblower, da auch nicht Gefahr läuft, warum dann sanktioniert oder dann dafür bestraft, dass er dann eine Meldung abgegeben hat. Diese früheren Systeme, was man neulich gemacht hat, Telefon, Hotline oder E-Mail-Adresse, das ist so ein bisschen out, sage ich mal. Also E-Mail-Adresse lässt sich natürlich immer nachverfolgen, ist nie wirklich anonym. Und eine Telefon-Hotline ist einfach eine Händschede. Also wenn sich da mal irgendwie jemand anruft, am besten noch zu den normalen Geschäftszeiten, vielleicht wird da meine Stimme erkannt am Telefon. Also das hält viele Leute ab. Auch deswegen sind diese Systeme, wo ich, ich sage mal, auch abends um zehn nach einem Glas Rotwein, wenn ich mir mein Herz gefasst habe, diese Meldung da rein schreibe und dann dabei sicher gehen kann, wo ich hier anonym bleibe. Das ist einfach das, was sich in der Praxis durchsetzt aktuell. Genießt so ein Whistleblower eine Art Kündigungschutz dann, wenn er das äußert? Was ist dann der Fall, wenn ich das rausbekomme und ihn deshalb kündige und er dann klagen würde? Ist das, gibt es da auch eine Handhabe für? Das ist eigentlich so der Kern. Bei der Vermutung, aber anscheinend ja. Das ist ja der Kern des Gesetzes, dass Hinweisgeber eben vor allen Arten von Gesetzes nach Repressalien, also Vergeltungsmaßnahmen in jeder Form geschützt werden sollen. Also nicht nur Kündigung, sondern auch Abmahnungen oder Versetzungen oder irgendwie verhinderte Aufstiegschancen oder ähnliches, solange das in Verbindung steht mit dem Hinweis. Und das Ganze wird im Gesetz so gelöst, dass wir eine Beweislastumkehr haben. Das heißt, in dem Kündigungsschutzprozess beispielsweise müsste dann der Arbeitgeber beweisen, dass die Kündigung nichts zu tun hat mit der Meldung. Und das kann unter Umständen schwierig sein. Das gilt aber auch nur, wenn es dann ein solcher Hinweisgeber ist, der auch dann in den Schutzbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes fällt. Also wenn er dann, wie gerade schon angesprochen, da zum Kummerkasten greift und sagt, der Chef mag mich nicht mehr oder ich finde das Kantinenessen nicht lecker, dann wird er sich ja kaum auf die Schutzwirkung dieses Hinweisgeberschutzgesetzes stützen können. Und eine Kündigung, jetzt mal andere rechtliche Regelungen ausgeschlossen, wäre dann eben nicht von dieser Beweislastumkehr betroffen. Das ist richtig. Also das muss sich schon im Bereich des Hinweisgeberschutzgesetzes bewegen. Und es müssen dann eben auch entsprechend meldepflichtige Umstände oder bedürftige Umstände sein, die einen dann auch in den Schutzbereich des Tiefen. Genau. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist auch, dass jetzt derjenige, der tatsächlich jemand absichtlich denunziert, also der sehenden Auges was Falsches behauptet, der ist auch nicht geschützt. Also wenn er rauskommt, da hat jemand einfach gelogen und wollte einen Kollegen irgendwie an den Pranger stellen, der ist dann nicht geschützt. Da greift eben auch diese Beweislastumkehr nicht und die ganzen Schutzmechanismen aus dem Gesetz nicht. Als Hinweisgeber muss ich schon zu dem Zeitpunkt, wo ich die Meldung abhebe, wirklich glauben, dass das, was ich da berichte, auch stimmt. Und wenn ich irgendwie nur einen Verdacht habe und mir nicht so ganz sicher bin oder Zweifel habe, dann muss ich es auch gleich jetzt auch sagen, ich habe die Vermutung, das könnte sein, ich bin mir aber nicht sicher. Also dass man dann schon klar macht, dass man das selber nicht genau weiß. Ja, ich habe da noch eine andere Frage, weil ich kann mir gut vorstellen, dass in der Praxis da viele Arbeitnehmer gewisse Berührungsängste haben, weil die dann doch befürchten, naja, das ist dann doch nicht ganz so anonym und der Arbeitgeber, der kommt trotzdem an die Daten und dann bekomme ich dann eben doch was mit, dass dann viele vielleicht darüber nachdenken und sagen, ja, ich spare mir das eigentlich, gehe jetzt nicht auf das Hinweisgebersystem, sondern ich spreche dann möglicherweise direkt die Presse an oder eine Behörde und sage, hier gibt es Arbeitszeitverstöße oder die Hygienevorschriften werden nicht eingehalten. Also weil dann aus meiner Sicht, als Mitarbeiter-Sicht dann möglicherweise sichergestellt ist, dass ich da nichts zu befürchten habe, zumindest vom Arbeitgeber, der ja dann bei mir im Vertragsverhältnis dann stärkere Einwirkungsmöglichkeiten hat als ein Dritter, eine Behörde oder ein Journalist. Könnte ja eine Erlegung sein, aber wenn ich mich da recht erinnere, ist das eben gerade nicht zulässig, sondern man muss dann eben auch erstmal den Weg gehen über das interne Hinweisgeberschutzsystem, bevor man dann an die Öffentlichkeit gehen kann. Das ist ja auch, glaube ich, eine Intention dieser Richtlinie beziehungsweise dann des umsetzenden Gesetzes, richtig? Es gibt zwei Möglichkeiten. Also das Gesetz sagt, der Hinweisgeber kann sich überlegen, ob er an die interne Hinweisgeberstelle des Unternehmens meldet oder ob er an eine externe Behörde geht. Es gibt verschiedene externe Meldestellen, zum Beispiel beim Bundesamt für Justiz oder für Kartellverstöße beim Bundeskartellamt. Die haben auch Meldestellen eingerichtet und da kann man auch sofort hin. Also man muss nicht zwingend warten, bis wie intern vielleicht nichts rausgekommen ist, sondern man kann auch, gerade wenn so eine Situation ist wie der Schilder ist, Alex, dass man sich unsicher ist, dass man Sorge hat, dass das Ganze einem doch auf die Spüche fällt, kann man an diese externe Stelle melden und dann wird eben von dort bearbeitet. Ich sage mal, wenn wir Unternehmen beraten, die sowas einrichten, das ist genau der Grund, warum als Unternehmen man echt gucken sollte, dass man das Thema Hinweisgeber-System publik macht im Unternehmen und dass man auch fürs eigene System Werbung macht, weil aus Unternehmenssicht ist es nicht schön, wenn irgendwann die Staatsanwaltschaft vielleicht vor der Tür steht und ich erfahre davon zum ersten Mal, dass irgendwas bei mir schief gelaufen ist. Deswegen sollte man wirklich gut kommunizieren, Werbung machen für das eigene Hinweisgeber-System, die Leute ermuntern, dass sie doch zunächst intern melden, damit sie diesen Weg idealerweise auch gehen. Jetzt hatte ich gerade kurz gefragt, Florian, was war denn der Stein des Anstoßes? Wie kam das? Gab es irgendeine Klage? Hat irgendein ehemaliger Mitarbeiter, der dann eine Kündigung bekommen hat, geklagt? Oder wie kam dieser ganze Stein ins Rollen, dass das jetzt auf einmal ein Gesetz? Das geht eine Weile zurück. Es gab in der Vergangenheit viele Fälle, wo Hinweisgeber tatsächlich berechtigte Missstände gemeldet haben. Edward Snowden ist so ein Fall, aber auch in Deutschland gab es Fälle, Alex, du kennst das besser, welche, ich glaube, eine Altenpflegerin, die auf Missstände in ihrem Pflegearmien gewesen hat, zu Recht und der dann gekündigt wurde, weil sie eben irgendwie, ich glaube, Verschwiegenheitspflichten nie eingehalten hat. Und das Ganze wurde also berichtlich auch gehalten. Und da hat man dann in Brüssel gesagt, naja, das ist eigentlich kein Zustand, weil die Leute wollen ja was Gutes tun und die muss man irgendwie gesetzlich schützen. Und da wurde dann schon auf EU-Ebene lange rumgerohlen, dass man eben einen verpflichtenden Hinweisgeberschutz in der ganzen EU einführt. Raus kam dann eben 2019 die Hinweisgeberrichtlinie, die den ganzen Mitgliedstaaten aufgegeben hat, das auch in ihren Ländern umzusetzen. In manchen Ländern gab es schon Hinweisgeberschutzgesetze, in den USA ist das schon ein sehr lange Thema. In Deutschland hat man sich da lange gespräubt, da gab es halt bislang nichts. Und seit Juli haben wir irgendeine Situation. Aber so Themen wie Mobbing und sowas kann man da natürlich platzieren. Das wäre jetzt auch im Gesetzeskonform, was man halt dort melden sollte oder darf. Mobbing kann man da. Mobbing kann man da plötzlich. Es ist so, dass es in Deutschland in der Vergangenheit, die allerdings schon ein bisschen länger zurückliegen, diese Fälle, dass wir da zahlreiche Verfahren hatten, wo dann Hinweisgeber nach den entsprechenden Hinweisen vom Arbeitgeber gekündigt wurden, wegen Pflichtverletzungen, nämlich, wie von Florian gerade schon gesagt, wegen Verschwiegenheitsverpflichtungen, die missachtet wurden, weil man dann möglicherweise an dritte Staatsanwaltschaft und so weiter gegangen ist. Und das hat die Rechtsprechung dann teilweise sehr arbeitgeberfreundlich entschieden. Und das war dann eben politisch, zumindest auf EU-Ebene, wurde das eben als nicht gerecht angesehen. Das führte dann zu einem Prozess, der dann mündete in der EU-Richtlinie, beziehungsweise dann in dem Gesetz, was wir jetzt haben. Aber das sind dann eben auf der Zeitachse längerfristige und wirrige Verfahren, die da eingeschoben wurden. Aber es ist in der Tat so, dass es historisch aus dem Arbeitsrecht begründet wurde, um dann eben politisch eskaliert zu werden. Grundsätzlich muss man ja sagen, so ein Hinweisgebergesetz, also dass der Hinweisgeber geschützt ist und dass Kritik am Unternehmen kommt, dass man daran arbeiten kann, dass es besser wird, wenn Missstände da sind, dass man als Arbeitgeber darüber informiert, ist ja eigentlich grundsätzlich auch nichts gegen auszusetzen. Und ich bin ja froh, wenn Missstände mir bekannt sind und ich sie dann beheben kann. Heißt ja auch nicht automatisch, dass dann auch was veranlasst wird, oder? Heißt das automatisch, dass auch ein Strafverfahren eingeleitet wird? Oder könnte das eher dann daraus dann die Folge sein? Passiert erst mal offiziell rechtlich noch nichts, wenn ein Hinweisgeber einen Hinweis gibt? Oder ist das dann direkt schon vermerkt und dann muss die Staatsanwaltschaft da direkt hinterhergehen oder die Zollgehörde oder muss man das vorstellen? Wenn im Unternehmen jetzt was angezeigt wird, gibt es erst mal beim Unternehmen dem Ganzen nachzugehen. Wenn man jetzt feststellt, okay, da könnte was dran sein, das ist so detailliert geschildert und es klingt alles trausibel, vielleicht irgendwelche Beweismittel noch nicht geliefert worden, dann muss man als Unternehmen schon aus rechtlicher Sicht dem Ganzen nachgehen. Musste man auch früher schon, wenn man was festgestellt hat, weil sonst macht die Geschäftsführung irgendwann schadensersatzpflichtig, wenn sie das einfach ignorieren. Also man geht dem Ganzen nach und dann schert man das aus und dann muss man schauen, was ist denn das Ergebnis? Wenn das Ergebnis ist, okay, hier hat wahrscheinlich jemand eine Straftat begangen, dann kann man sich überlegen, ob man das zur Anzeige bringt. Es gibt im Normalfall keine Verpflichtung, Straftaten anzuzeigen, nur bei ganz bestimmten Fällen, aber so im Wirtschaftsstrafbereich ist da keine Anzeigepflicht. Das kann aber durchaus sinnvoll sein, das muss man dann im Einzelfall sich überlegen. Und ansonsten muss man das Ergebnis nehmen und schauen, wie ständig den Missstand ab, der da aufgetreten ist, damit sowas als Zukunft nicht mehr passiert. Was passiert, Florian, wenn man jetzt wieder der gesetzlichen Anordnung dann nicht diese Hinweisgeber-Systeme installiert hat, also sagt, das finde ich nicht gut, war ich eh immer schon ein Gegner von diesem Denunziantentum, mach einfach nichts, da wird der Gesetzgeber ja sicherlich auch eine Sanktion vorgesehen haben, um dann gewisse Maßregelungen zu treffen für diejenigen, die sich dann wehren sollten gegen die Umsetzung. Also wenn man ein Hinweisgeber-System nicht einrichtet, dann drohen ab dem 1. Dezember diesen Jahres Bußgelder, ich glaube, das sind 50.000 Euro, also das ist durchaus schon eine relevante Summe. Und wenn vielleicht trotzdem jemand einen Missstand meldet und man versucht das dann zu unterdrücken, so eine Meldung, oder man versucht irgendwie den Hinweisgeber einzufügen, das löst weitere Bußgelder aus, die können bis zu 100.000 Euro pro Freirauf sein. Also da steht dann schon ein bisschen was dahinter, damit sowas eben gerade nicht passiert. Also könnte ich jetzt, wenn ich untätig bliebe als Unternehmen, müsste man damit rächen, dass mich dann einer meiner Mitarbeiter möglicherweise, du hast gesagt, beim Bundesjustizamt, an der dortigen Meldestelle anzeigt und dass dann die Behörde sozusagen aufmerksam wird auf diesen Missstand und ich dann Besuch von den zuständigen Behörden bekomme wegen eines Bußgelds. Ja, das kann durchaus passieren. Okay, also umsetzen. Aber grundsätzlich, ich muss keinen externen, ich kann auch intern jemanden dafür bestimmen, der das macht. Das muss ich allerdings offiziell dann meinen Mitarbeitern noch mitteilen, muss zugänglich sein. Muss ich den auch bei einer Behörde dann anmelden, dass dann, wenn die Behörde auch weiß, okay, wen muss ich ansprechen, dann sprechen die automatischen Geschäftsführer an das Unternehmen. Nein, anmelden muss ich den nicht. Ich habe da auch als Geschäftsleitung einen relativ großen Spielraum, wen ich auswähle. Gesetz sagt, diese Leute sollten unabhängig sein. Das heißt, die Leute nicht schon, also diese Tätigkeit als Meldestellenbeauftragter, sage ich mal, sollte nicht im Konflikt stehen mit der alltäglichen Arbeit. Also, Beispiel, was ich immer bringe, ist, dass der Vertriebsleiter vielleicht nicht der geeignetste Mitarbeiter ist, um so eine Hinweisgeberstelle zu betreuen. Weil, man kann sich vorstellen, potenziell kann es da eben zur Interessenkontaktik kommen, wenn Vorwürfe kommen, dass irgendwie der Vertrieb nicht schaubearbeitet. Ist dann der Betriebsrat eher genommen? Wenn es einen Betriebsrat gibt, wäre das wahrscheinlich da die richtige Stelle, die das auch. Außerdem CMS, natürlich. CMS natürlich immer in die Gäste stellen. Nein. Also, Betriebsrat ist eine Möglichkeit, was man machen kann. Eine andere Möglichkeit ist, dass man, ich sage mal, irgendwelche Verwaltungs- oder Zentralfunktionen einsetzt. Das kann jemand sein aus dem Controlling, aus der Rechtsabteilung, wenn man eine hat, aus der Compliance-Abteilung, wenn man eine hat. Das können Leute aus der Personalabteilung sein. Das sehe ich auch häufig. Da ist man relativ frei, wie man da auswählt. Wichtig ist, dass die Leute dann auch wissen, was sie tun müssen und was die Anforderungen sind. Das heißt, das Gesetz verpflichtet für die Unternehmen dann auch, diese Leute entsprechend zu schulen, wenn sie nicht kraft ihrer Ausbildung das sowieso schon können. Wer bietet so Schulungen an? Kennst du da jemanden? Kennt er? Eine Anwaltskanzlei, die durchaus solche Schulungen anbietet. Nein, es gibt tatsächlich, wir machen das, ja. Es gibt aber auch andere Anbieter am Markt, die entsprechend diese Schulungen anbieten. Man braucht da einfach einen Überblick über die rechtlichen Anforderungen und über den Umgang mit solchen Situationen. Und ja, das sollte man professionell aufziehen. Aber nochmal, du hattest ja schon darüber gesprochen, dass man da auch externe Anbieter nehmen kann. Wahrscheinlich diese interne Lösung, die bietet sich wahrscheinlich nur an mit Blick auf die Qualifikationen, die dann eine solche Meldestelle haben muss, wenn man dann auch eine gewisse Größe und eine gewisse Struktur hat. Also das ist natürlich immer die Frage, so zumindest meine Erkenntnis, ob man sich da als kleines oder mittelständisches Unternehmen sozusagen noch mit belasten möchte und dann eben Kapazitäten bindet, entsprechende Prozesse aufgleist, die ja auch dann gepflegt werden müssen, oder ob man sich dann tatsächlich eine externe Lösung bevorzugt, wo man jetzt dann nicht eigene Kapazitäten dann zur Verfügung stellen muss, sondern dass man das dann irgendwie ablastet. Da natürlich, klar, Geld bezahlen muss, logisch, aber man hat dann zumindest keine internen Themen bei der Prozessgestaltung, Auswahl der Mitarbeiter. Was ist, wenn der kündigt? Muss man wieder einen neuen ranziehen und so weiter. Also ich glaube, dass, wenn man immer natürlich über Großunternehmen, Konzerne spricht, dann macht das vielleicht Sinn, aber ich glaube, dass es gerade bei so keinem Ruhst dann durchaus sinnvoll ist, dann auf eine externe Lösung zu gehen, wie Florian, das hat man auch schon gesagt. Aber bisher ist ja noch erst ab 250, ne, das müssen wir ja zuhören. 50 sagtest du, ist dann ab, aber unter 50 gibt es dann immer noch keine Vorgabe, oder? Nein, unter 50, es gibt ein paar Ausnahmen, also Unternehmen aus der Finanz- oder Versicherungsbranche beispielsweise, die sind auch unabhängig von der Mitarbeiterzahl bereits jetzt schon gesetzlich verpflichtet. Da gibt es Sonderregelungen, das sind aber die Ausnahmefälle. Ansonsten haben wir schon das normale Stree übernehmen, weil die normalen unter 50 gibt, aber da gibt es die Sicherungsrichtung nicht. Ja, ich glaube, da haben wir, oder haben wir noch was vergessen? Gibt es noch einen wichtigen Punkt, Florian, nicht, dass wir jetzt gleich auseinander gehen und sagen, oh, das war noch ganz wichtig, was wir noch dazu erwähnen sollten? Oder auch, Alex, hast du da noch eine Anmerkung zu? Ich glaube, wir haben die rechtlichen Punkte soweit genannt und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen dann einen Überblick bekommen haben, worum es da geht, dass es zumindest eine Materie ist, mit der man sich tunisch schon befasst haben sollte, wenn das noch nicht der Fall gewesen ist, dass man das dann schnell auf die Spur bringt, damit man dann zumindest jetzt hier nicht riskiert, eine Ordnungswidrigkeit zu übergehen, wenn man über die 250 kommt, aber spätestens dann Mitte Dezember war es ja dann, wenn man über 50 liegt, dass man da ein System hat, was man anbieten kann. Vielleicht noch eine Anmerkung zum Schluss, was ich ganz viel sehe, dass das Thema gerne unterschätzt wird. Das ist natürlich für viele Unternehmen eine weitere Verpflichtung, die man abschulden muss, eine weitere Aufgabe neben vielen anderen Aufgaben, dass das nicht Begeisterungsschirme auslöst. Das ist nachvollziehbar. Ich sehe aber häufig die Tendenz, dass man das unterschätzt und man sagt, naja, da schalte ich eine E-Mail-Adresse oder ich hänge irgendwie einen Bildkasten ans schwarze Brett und dann habe ich mein Hinweisgeber-System. Gerade aber, wenn man das ein bisschen sauberer aufziehen will mit einer technischen Lösung, wie ich es vorhin beschrieben habe, dann stellen sich zum Beispiel auch datenschutzrechtliche Fragen, es stellen sich arbeitsrechtliche Fragen, man muss mit denen gerade sprechen. Und deswegen, das Ganze kostet durchaus Zeit und sollte irgendwie sauber aufgezogen werden. Diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, wird sich wirklich darum kümmern und das auch vernünftig machen lassen, sonst fällt es einem hinterher auf die Schüße. Gremzherrmlich ist ja eigentlich immer ganz gut, aber hier sollte man dann doch etwas professioneller vorgehen, wenn man sich dann irgendwie ein blaues Auge abholen möchte. Wie schnell könnt ihr das umsetzen? Also es meldet sich jetzt einer der Hörer oder Zuschauer und sagt, ich würde das jetzt gerne mit CMS machen. Wie schnell könnt ihr das umsetzen? Was hat das für einen Vorlauf? Ja, also ich glaube, wenn man sich schnell einig wird und die Unterlagen, die man dazu erstellen muss und die Bahn oder die Freie Abstimmung miteinander, ist das in wenigen Wochen eingewiesen. Also es hängt halt immer davon ab, wie schnell so die Abstimmung dann läuft. Aber in ein paar Wochen kriegt man das zu tun. Ja, sehr schön. Ja, wir verlinken es auch in den Shownotes. Ansonsten für die Kontaktaufnahme kann ich auch gerne den Kontakt herstellen nach Rücksprache. Ja, Florian Block, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Alex, du bist ja schon mittlerweile Stammgast. Wir haben ja Dr. Alexander Bissls Wochen jetzt im Juli. Da kommst du sehr, sehr häufig. Freut mich sehr. Aber wir haben auch viele wichtige Themen und viele Updates auch. Also nicht wundern, ist doch gar nicht aktuell, aber dann kommt schon direkt das Nächste, weil es gab halt immer wieder auch Änderungen und wir wollen natürlich euch auch vollumfänglich informieren. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr uns mal ein bisschen abgeholt habt, was Whistleblower und was das Hinweis-Klimaschutzgesetz angeht. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bleibt gesund und bis bald. Abonnieren und teilen, nicht vergessen. Und wenn ihr Unterstützung braucht, ja, Profis, einmal mit Profis arbeiten. In diesem Sinne, wir sind raus. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software. Ich bin, 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 ich bin Bis zum nächsten Mal.